So, hier seht ihr wieder mal einmal unseren Teddy. Er steht wartend, weil Herrchen sein neues Barf in One fertig macht. Barf in One ist eine Erleichterung zu dem Barf-Futter. Wir haben mehrere Menüsorten wieder. Ihr seht es hier. Auch haben wir Kompakt-Smoothies für Teddy. Als es jetzt heiß war, hat er auch Hunde-Eis bekommen von der Firma Patman. Aber nochmal aufs Barf All in One zurückzukommen. So sieht es aus. Aufgetaut, mit dem Öl vermengt und im Prinzip fressbereit, wo er sich jetzt drauf schlingen wird, sobald ihm das jetzt vorgesetzt wird. Hierbei hat man den Vorteil, dass man nicht erst mehrere Beutel aufmachen muss, um das Futter zuzubereiten, sondern man nimmt die fertigen Menüpellets raus, packt die in den Fressnapf, lässt das auftauen, zwei, drei Spritzer Öl dazu und fertig ist es. Ideal für die Reise, so kann man in ein kleines Gefrierfach eine große Packung Futter unterbringen. Ihr seht, er lässt sich durch nichts stören, Teddy. Da können wir jetzt, eigentlich können wir Fußball mit ihm spielen. Hauptsache er hat sein Fressen. Also nochmal, Barf in One. Barf ist außerdem die Abkürzung für biologisch artgerechtes rohes Futter. Das heißt, es sind rohe Zutaten, klein gemacht, tiefgefroren, zu Pellets gepresst. Die nehmen wir einzeln raus. Öl dazu, umrühren, fertig. Gut, 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 gut.